Ich will meine Freiheit wieder zurück. Man sollte meinen, wir leben in einer Demokratie, aber mittlerweile hat es sich zu Corona-Diktatur entwickelt. Wir sind unzufrieden mit den Maßnahmen in unserer Bundesregierung. Auf die Freiheit! Es dauert schon seit zwei Jahren und findet kein Ende. Jeden Tag kommt was Neues und man weiß nicht, was man glauben darf. So ist es. Let's beten ist, boys win! Jaaa!